Ach und noch etwas. Ich würde es bevorzugen, wenn Sie mich ab sofort nur noch Dr. Dorian nennen. Kaputmatum! Und ob das mein Ernst ist? Und wenn Sie künftig ein Problem mit mir haben, dann besprechen wir das unter vier Augen und nicht vor meinen Jungs. Meine Jungs haben schon Probleme genug. Ja, abschauen. Ich werde das einfach nicht mehr akzeptieren, Perry. Und das gilt auch für meine Jungs. Jetzt werde ich zum Totschläger. Aus Überzeugung. Das war's wert.